Auf meiner Uhr ist gerade 9.33 Uhr, ach das passt doch gerade gut, schauen Sie, ich muss Ihnen jetzt auch noch sagen, es ist nicht gleich, lecker, wissen Sie, einen Respekt, den muss man sich bei mir verdienen, einfach durch Können, durch freundlich sein und so weiter, ein Hoch auf die Sekretärinnen überall, die stets versuchen, wirklich ihr Bestes zu tun, die auch nicht entsprechend entlohnt werden, die einfach auch bloß so ein Minimal-Gehalt überall kriegen, das ist das Nächste, was die oft abarbeiten jeden Tag, was die auch Bescheid wissen, oft mehr als die, die dann wirklich viel Geld kriegen, das ist echt der Wahnsinn, naja, aber ich sage generell, also ob das ein Lehrer ist, ein Schulleiter oder sonst irgendwas, eine Amtsperson oder bei der Kirche oder sonst wo, den Respekt muss man sich erst einmal verdienen und wenn man keinen Respekt bekommt und wenn sich die Leute nicht um ihre Aufgaben kümmern, dann können sie mich mal kreuzweise sein, was schon so ist.